Die Käsbohrer Geländefahrzeug AG setzt am Weltmarkt neue Maßstäbe im Service. Pistenbully Top Service. Der Käsbohrer Service steht unseren Kunden 365 Tage rund um die Uhr zur Verfügung. Weltweit unterstützen hierbei 130 Servicestationen in mehr als 60 Ländern. Und das nicht nur für Pistenbully. Auch unsere Beach-Tech-Kunden profitieren von der weltweiten Servicestruktur des Unternehmens. Das Servicepersonal hat Zugriff auf über 15.000 lagernde Ersatzteile und bietet so jahrzehntelang eine zuverlässige Ersatzteilversorgung für die Fahrzeuge. Schulungen für Fahrer und Monteure sind fester Bestandteil des Erfolgskonzepts. Wo auch immer unsere Kunden sind. Wir sind weltweit ein zuverlässiger Partner.